Hallo, hier ist Thorsten Hamann von Laudert und der Horst zwingt mich Werbung zu machen für den Prank Day. Also für den echten im Oktober oder im Herbst oder wann auch immer der ist. Ihr solltet unbedingt alle kommen. Ich würde euch jetzt total gerne erzählen, was ich für einen Vortrag halte, aber das weiß ich noch nicht, weil ich meinen Vortrag, den ich jetzt normalerweise im April gehalten hätte, den halte ich halt jetzt tatsächlich im April auf dem Sneak Preview. Das ist jetzt ein bisschen spät, weil der Film ja da erst rauskommt und so weiter. Und ich weiß noch nicht, was ich im Oktober dann erzähle, aber ihr könnt sicher sein, das wird lustig und es wird nützlich. Und ganz wichtig ist, dass ihr kommt, weil so eine Situation, wie wir jetzt haben, so eine besondere Situation hatten wir meines Wissens so noch nicht. Also ich hatte sie so noch nicht. Und es ist wichtig, dass wir in solchen Zeiten auch als Community zusammenkommen, weil das ist die Idee hinterm Print Day, dass wir da zusammenkommen und dass wir uns auch Konkurrenten, Mitbewerb, wie auch immer. Das ist auf dem Print Day alles egal. Wir sind zusammen, wir sprechen miteinander, wir fachsimpeln, wir tauschen Erfahrungen aus. Und es ist völlig egal, in welchem Unternehmen jemand ist, weil wir eine Community sind. Und das ist etwas, was wir unbedingt tun sollten. Einfach, weil es momentan so viel zu lernen gibt und so viel auszutauschen. Und es wird euch allen ganz genauso gehen, wie uns das auch geht, dass wir momentan so vielen Kunden auf so viele unterschiedlichen Arten und Weisen helfen, wie sie jetzt über die Krise kommen und ihnen zu helfen, dass die Dellen, die da sicherlich kommen, dass die nicht so tief werden. Ja, dass man die Zeit nutzt, um andere Dinge zu tun. Und deswegen sollten wir uns unbedingt auf dem Print Day im Oktober sehen. Bis dann. Und außerdem habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Schade. Ja, mein Hemd an. Im Homeoffice. Hallo, hier ist Thorsten Hamann von Launert. Und wie sieht das aus mit der Hand? Und ich hatte mich echt schon vergessen. Mann. Hallo. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Teppichstaubsauger. Und ich habe mir ein Handystativ von meiner Tochter geliehen. Ist ja auch klar. Wenn eine Delle kommt, die Lose Line, macht man halt mehr. Und wir haben uns echt schon so auf den Jubiläumsprint Day gefreut. Jetzt kommt da so ein Zeug dazwischen. Deswegen müsst ihr unbedingt kommen. Print Day im Herbst. Komm, komm. Wim tiếp. bald 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 bald